Das Gemeindeamt in Wiener Neudorf erstrahlt in neuem Outfit. Beim Tag der offenen Tür statteten unzählige Bürger und Bürgerinnen dem Amt einen Besuch ab. Heute neues Gemeindeamt, es ist Tag der offenen Türe. Wie viele Besucher haben Sie denn schon gehabt, Herr Bürgermeister? Also es ist knapp 5 Uhr, wir haben seit 8 Uhr in der Früh offen, was ich nicht geglaubt habe. Es war um 8 Uhr schon ein wahnsinniger Andrang. Es waren einige hundert Personen da, also offenbar hat sich ganz in der Neudorf Urlaub genommen, um heute hier das neue Gemeindeamt zu besichtigen. Ich bin überwältigt, dass das Interesse so groß ist und ich bin auch überwältigt über die Reaktion, die wirklich durchwegs positiv ist und das macht dann wirklich heute zu einem sehr, sehr glücklichen Menschen. Das alte Gemeindeamt war eigentlich, sag ich mal, schon zeitig überfällig, es mussten viele Sachen erneuert werden. Das haben wir zum Anlass genommen, um ein ganz neues Amt zu konzipieren. Das Bürgerservice, sehr bürgerfreundlich ausgearbeitet, sehr hell das Ganze gestaltet. Und der wichtigste Umbau war ein neuer Sitzungssaal, den wir gestaltet haben. Der alte Sitzungssaal ist erstens einmal schon ein bisschen zu klein geworden, war auch nicht nur ganz zeitgemäß. Wir sind jetzt da im neuen Sitzungssaal, der ja recht schön und groß geworden ist. War notwendig, weil der letzte, also der alte Sitzungssaal hatte keine Klimaanlage. Er hat letztendlich, nachdem wir wahrscheinlich demnächst über 10.000 Einwohner kommen und damit der Gemeinderat größer wird, zu wenig Platz. Da haben wir jetzt genug Platz und wir haben auch bequemere Sesseln. Und wie arbeitet es sich im neuen Gemeindeamt? Sehr gut, also es ist alles ganz hell, es ist alles ganz offen. Was sind die Mitarbeiter, fühlen sich wohl? Wir haben heute auch wirklich schon viele Besuche gehabt. Was ist auch, dass die Mitarbeiter hier gerne arbeiten? Was ist ja auch für sich freuen, wenn die Leute kommen, wenn sie den neuen Leuten in neuen Räumlichkeiten sein können? Ja, das Kunstgefäß. Und was teilt ja denn das neue Gemeindeamt aus? Es ist nach modernen, bauphysikalischen Besichtspunkten gemacht worden. Natürlich auch von Funktionären her. Ja, jetzt ist ja auch die Wärmedämmung, die Fenster sind neu gemacht worden. Also das war eine sehr wichtig von den Funktionen her. Es ist natürlich in die Jahre gekommen und die Mitarbeiter haben jetzt auch von dem entsprechenden, ansprechenden Sozialraum. Das hat bis jetzt alles gegeben. Was waren denn eigentlich jetzt so die Reaktionen der Wiener Neudorfer? Die Reaktion war, dass die Wiener Neudorfer mir eigentlich alles anvermittelt haben, dass sie sehr stolz sind auf das, was hier geschehen ist. Dass sie sehr stolz sind, dass wir in Neudorfer jetzt etwas haben, was wir in anderen Gemeinden nicht haben. Man ist sehr stolz über die Optik, auch über die klimatischen Dinge, die wir gemacht haben. Grüne Waren etc., Energiewelle. Und natürlich ist das optische Highlight natürlich der neue Glassaal, der neue Bürgersaal, die sehr viel interessiert hat. Also ich bin wirklich überwältigt, dass heute so viele Leute in der Stadt haben. Vielen Dank.